Eine Beckenbodenschwäche ist zusammengefasst eine Schwäche der Beckenbodenorgane, wobei es zu einer Senkung der Scheide der Gebärmutter kommen kann, zu Inkontinenzbeschwerden kommen kann. Die Ursachen sind meistens die Geburten, lange operative Geburten oder aber auch schweres Gewicht des Kindes. Gleichzeitig kann aber auch die Wechseljahre, also der Hormonmangel ein Grund sein, starkes Übergewicht und aber auch starke körperliche Arbeit und die Kondition der Frauen.